Hallo zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute bin ich im Herzen der Space Side, bei der wahrscheinlich bekanntesten Brennerei der Welt, würde ich mal sagen, die Single Malls herstellt. Und zwar geht es um Glen Fiddich. Also es ist mit Abstand die erfolgreichste Brennerei Schottlands. Glen Fiddich, gegründet 1887. Und heute habe ich für euch mal diesen dabei. Und zwar ist das der Fire & Cane Glen Fiddich. Ein Ex Bourbon Whisky mit einem Finish in Rumfässern, der leicht rauchig ist. Ich bin echt gespannt. Glen Fiddich gehört ja William Grant & Sons. Also es ist eine der wenigen, die noch wirklich in Gründerhand sind, sage ich mal. Balvenie, die Brennerei, die gehört auch zu Glen Fiddich. Und ja, also den 12er, den kennt glaube ich jeder. Glen Fiddich 12, das ist so der Einsteig Single Malt Droge, würde ich jetzt mal sagen. Da bleibt man dann oft vielleicht hängen beim Single Malt Whisky, wenn man mal den Glen Fiddich 12 hatte. Ich weiß gar nicht, bei mir ist das schon ewig her, dass ich den mal im Glas hatte, den 12er. Und ja, die haben ja auch massig Abfüllungen. Es gibt nur den 15er, den 18er, dann glaube ich ein 21er, der hat glaube ich auch Rum Finish dabei. Und dann sehr, sehr viele spezielle Abfüllungen, wie zum Beispiel diesen da, der mit Rum Finish ist. Den Malt Masters Edition, den hatte ich im Video, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, den blende ich euch da oben mal ein. War ein sehr, sehr geiler, Glend Fiddich mit Sherry, also sehr, sehr lecker. Und ja, Glend Fiddich und Glend Livid, sage ich mal die zwei, obwohl Glend Fiddich eigentlich noch bekannter ist wie Glend Livid, würde ich sagen. Also Glend Livid ist ja in den USA, glaube ich, der beliebteste Single Malt so weit. Ich weiß aber, Glend Fiddich ist einfach der bekannteste und erfolgreichste Whisky aus Schottland, also der Single Malt herstellt. Und ja, ich habe mir hier mal was notiert und zwar jetzt zu dieser Abfüllung da. Ihr habt euch den ja unter anderem gewünscht bei meinem letzten Barfach Video. Der ist gefärbt, also Glend Fiddich färbt. Wie schon erwähnt, Ex-Burban und Rum Finish. Drei Monate war das Finish. Hat 43 Volumenprozent und ist ein bisschen rauchig. Es ist jetzt auch mein, ja, ne, es ist nicht mal mein erster rauchiger Glend Fiddich. Doch, doch. Ich glaube, Glend Livid war, da hatte ich auch mal den rauchigen. Aber von Glend Fiddich ist es mein erster Raucher. Da bin ich echt gespannt drauf. Und preislich liegt der so zwischen 40 und 50 Euro. Ja, also ich habe ihn jetzt schon oft für 40 Euro gesehen. Ich habe den damals als Angebot bekommen. Ich glaube, da hat er 35 oder so gekostet. Auf alle Fälle bin ich gespannt. Ich mag ja allgemein auch Rum Finishes ganz gerne. Ich habe da den Iris, also der deutsche Whisky aus Nürnberg. Der ist in Martinique Fässern ausgebaut worden. Der war super lecker. Dann ein Tom Mattin, das glaube ich 10 oder 11 Jahre. Der hatte auch Rum Finish. Der war auch ganz lecker. Den einzigen, den ich hatte, der nicht so wirklich toll war. Da wollte ich auch noch ein Video machen, aber bin ich mir nicht sicher, das war der, der ist noch gar nicht so alt. Der Glen Livid Caribbean Cask. Der ist so, der ist okay, man kann ihn trinken, aber ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Gut, dann machen wir den mal auf. Ganz frisch. Hatte den noch gar nicht. Dann haben wir hier so Fire and Cane. Feuer und Zuckerrohr. Wir machen den auf. Komm her. Der letzte Glen Fiddich. Das war glaube ich der Malt Masters Edition. Der ist echt schon ein paar Monate her, dass ich den hatte. Aber der war auch echt super. Könnt ihr echt mal auch das Video anschauen? Kann ich euch auch empfehlen. Ich weiß nicht, die haben jetzt auch ihre Verpackungen und die Flaschen, also das Design ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob die neue Variante von dem Malt Masters Edition jetzt viel anders ist zur alten. Ich hatte noch die alte. Aber könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr da Erfahrungen hat, was die Malt Masters Edition angeht, ob da die neue Variante besser oder schlechter oder was auch immer ist, wie die alte eben. Gut, machen wir ihn auf. Fresh and funky. Blub. Also riecht schon mal spannend. Korken ist auch wirklich schön schön dick Holz. Da sieht man den Hirsch drauf. Das typische Markenzeichen von Glen Fiddich. Genug geschwafelt über Glen Fiddich. Jetzt schauen wir doch mal, was der so kann. Ob der sich lohnt oder nicht. Farbe. Ja, so ein Goldton, aber wie gesagt gefärbt. Also ist jetzt dann eigentlich nicht so relevant. Na gut, halten wir mal die Nase rein. Rauch habe ich gleich da. Aber schöner, süßer Rauch. Vanille habe ich. Blumig. Honig. Wie alt der Kollege hier ist, keine Ahnung. Da habe ich nichts gefunden. Also keine Ahnung. Also der Geruch ist schon mal sehr, sehr schön, sehr gefällig. Leichter Rauch, süße Vanille, Honig. So eine Lychee vielleicht. Leichter Scent kommen schon diese Rumaromen durch. Was habe ich denn hier noch? Auch irgendwas, ja so Pfeffriges, weißer Pfeffer. Also gefällt mir echt gut die Nase. Auch was, ja so leichte Vollmilchschokolade, was Nussiges hat er auch. Weil man das ja eigentlich eher so bei Sherry Whiskeys hat, aber das habe ich ja auch. So eine leichte Nussnote, Haselnussnote. Also für Raucheinsteiger ist der Perfekt. Also ein Aroma sehr, sehr angenehmer, dezenter Rauch. Also der echt schön eingebunden ist. Wie gesagt, ich habe die Lychee, also diese tropischen Früchte, die ich sonst immer bei Rum habe. Vielleicht noch so eine Honigmelone, ja. Würde ich sagen. Aber schön gefällig. Also gefällt mir echt gut. Dann probieren wir den mal. Das ist langsamer. Oh, süß ist der Mund. Wow. Rauch. Würzig. Im Runterschlucken kommt der Rauch um einiges stärker wie in der Nase. Ja, so ein aschiger Rauch. Würze, Pfeffer. Die Süße. Ja, so Vanille, Honig. Aber jetzt auch Karamell ein bisschen da. Also ich glaube, wenn ich jetzt tippen will, waren die Fässer, die Rumfässer nicht schlecht. Ja. Ob das jetzt Season war oder keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber der hat gute Qualität. Also da denke ich mal, war ein ganz schöner Rum drin. Steht da eigentlich drauf, was für Rum, woher der kam. Steht nur Sweet Rum Casks. Aber woher... Steht nicht da. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, schmeckt echt lecker. Schöne Süße, schöner Rauch. Schöne Würze dabei. Ein schönes... Ja... Schöne Kombination aus allem. Echt nice. Wirklich nice. Hätte ich jetzt vorher nicht erwartet. Auch die 43 Volumenprozent, die reichen eben wirklich. Also passt. Absolut. So cool. Nice. Wirklich nice. Also der ist im Mund selbst, im Geschmack, super süß. Kommt auch dieser braune Rohrzucker durch. Passt ja als Cain. Und beim Runterschlucken kommt dann der Rauch. Gewürze, dieses aschige Karamell, Vanille. Das ist echt spannend. Echt spannend. Also so... Dieser Geschmack und Abgang, diese Süße, die dann in die Würze und den Rauch so abgeht. Echt toll. Und auch gefährlich süffig. Sehr, sehr süffig. Aber echt lecker. Ja... Jo, was soll ich dazu sagen? Absolute Kaufempfehlung von mir. Wie gesagt, 40 bis 50 Euro. Fazit, Benotung. Dem gebe ich eine 89, eine 2 Plus. Ist echt schön. Jetzt am Ende habe ich noch so eine Bitterkeit, so eine Leichte. Aber die stört gar nicht. Die passt schön so in den Abgang. Auch der Abgang, relativ lang auf jeden Fall. 89,2 Plus für den Glenfiddich Fire & Cane. Schönes Teil. Und wenn ihr den für 40 Euro bekommt, absolut, absolut cool. Kauft den euch. Also sehr, 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 sehr schön. Also Färbung hin oder her. Aber das weiß man ja bei Glenfiddich. Auf den Geschmack kommt es ja am Ende an. Jo, das war's wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht, den mit euch zu verkosten. Abonniert doch meinen Kanal. Hier links auf den Whisky Space Button drücken, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal mit euch hier bei Whisky Space. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.